Oh nie! Digga, jetzt ist irgendjemand da beigetreten, Mann! Ich seh den nicht! K.K. Jetzt glaub ich Elias. Oh mein Gott, wie kann ich den nicht treffen? Oh, scheiße, ey! Warum ich nicht runter, du Keck? Wie viele machst du? 19. 13. Ach man! Ist denn da dein Team, der Keck? Ja, gar keinen Bock, der wollte doch keine Freundschaft mehr mit dir. Ja, dachte ich auch. Kannst du den nicht kicken oder so? Kill den! Was ist denn mein Team? Er war trotzdem! Geh nicht auf mich! Jetzt reicht's mir, Alter, ich nehme jetzt diesen Kackblitz. Der Braue, der Brunzen, Digga! 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 Ich koch mir jetzt nen Blitz! Ey Fabi! Ey Fabi! Leg auf mich bitte! Ich beschütz dich! Ich bin dein Schutzschild! Komm her! Der kommt! Der kommt! Spaß! Natürlich muss ich dich fehlen! Spaß! Natürlich kenne ich dich! Ne? Mann, ich will nicht, dass du beitritt! Der wollte noch keine Freude mehr mit mir! Da dachte ich auch! Alter, ich hab nicht so gezwungen! Sorry, aber muss doch! Ja, er hat ne neue Runde machen! Der muss sich halt auf Abwesen stellen! Wir haben halt, wir haben ja auch 20 Uhr, dann musst du offline! Musst du jetzt auf?